So, wir spielen schon wieder CSGO, aber diesmal bin ich ein Gott. Wusstet ihr noch nicht, ne? Wie geht A, wie geht B? Ich geh wieder A. Ich geh A außen. Wir spielen das nämlich auf Zoo. Geilste Map überhaupt ist das ungefähr. Ich geh Banane. Und ich hab auch wieder ne neue Main-Pistole. Da geh ich eigentlich immer hin. Die Dual-Barackers. Eigentlich außen. Einer muss B low gucken, ne? Wer ist Blue, ist das random? Ne, ist Paul. Ne, ist mich. Oh, mein Hund hat mich so ein bisschen distracted. Yellow ist random, GG. Wir sind wieder draußen. Anton, guck auf der anderen Seite. Sag mir, wenn da jemand kommt. Kommt einer. So, da waren schon mal zwei. Lasst mal bei Connector auf. Ah, fuck! Sind wir 100 Terrors? Paul, wir haben sehr viel gemacht. Ja. Ich hab mir ne Glocke geschnappt. Ich hab nicht einen Gegner gesehen. So. Jetzt gibt's noch ne Pro 90 dazu. Eine Nate. Ich brauch einen, der irgendwie mal B low geht. Ja, ich bin noch da. Also, ja. Ja. Boah, das war da. Du kannst rüber gehen. Wir schaffen das, glaub ich, zu zweit auf A. Hoffentlich. Ja, yellow ist random. Geh ich rüber. Okay, ich mach random. Die Landschaft ist da nicht mehr. Boing Flashbang. Sollte ich jetzt den gucken? Low. Also, ich hab die Hoffnung, dass der A-Bot dann kommt. Okay, whatever. Drei Hits, 34. Okay. Die sind alle, die sind alle ab. Ey, ich hasse reloaden. Pass auf, Doc, die sind wahrscheinlich schon am Blenden. Hm? Ja, da sind noch zwei. Was macht unser random denn? Yellow, could you please go to B? Planted, 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 Paul. Planted! Oh, das sind ja noch zwei. Ach was. No. Okay, easy, defuse. Nein. Oh oh. Der hat minus 97. Random clared jetzt. Hauptsache, er steppt noch ein bisschen, weil dann wissen die auch ganz genau, wer ist. Der hat sich gerade selber gekillt. Ja, das passt. Der wird irgendwie oft auf dieser Map. Wollte sich selber killen. Aber meistens, falls sie irgendwo runterspringen. Der hat sogar defuser, doch. Echt? Ja. Film die Bombe jetzt. Erstmal schöne Sachen, die die Bombe nicht finden. Ja, ja, ja. Good job, target. Okay. Okay, der ist erst. Ja, das war richtig die krasse Action. Ja, das war richtig die krasse Action. Ja, das war richtig die krasse Action. Wo ist Paul? Da ist Paul. Wir gehen immer durch den Exit jetzt. Man! Ich bin ein Rabauke. Ja, ja, deshalb war es sozial. Okay, sorry. Ich bin nicht richtig gelaufen. Oh, die sind hier. Down. Ja, genau. Okay. Ah, zwei sind da oben. Ein minus 44, ein minus 60 und ein minus 5. Boah, ich hasse B. Warum gehe ich überhaupt B? Vielleicht sollte einer einfach mal von Anfang an mit B gehen, dann sind wir schon mal zu dritt da. Wollen wir doch. Echt? Jo. Awkward. Weil ich war eben oben. Da kamen dann zwei. Okay. Aber jetzt auch nicht so überzeugend. Druck. Toll der Headshot. Andere sind in der room. Meine ist 50. Ha. Der random radiert. Der steht 6-1. Ja, der hat gesagt, der hat rechts angemacht. Deswegen ist der so spät gekommen. 4 Assists. Nope. Der kam einfach so spät, weil er ihn noch kurz anmachen muss. Ja, der kam in den letzten 10 Sekunden. Ah, das Profil ist auf jeden Fall privat. Aha. Jetzt echt? Ja. So, ich probier's nochmal. Wohl näher, ich glaub nicht, dass der anhat, sonst hätte der gar nicht so... Dann mit der mit. Dann mit der mit. Dann mit der mit. So, ich sollte ja A gehen. Mit der mit. Nee, B mein ich. I'm coming home, I'm coming B. Hier ist übrigens ein Fehler auf der Map. Bei mir sind Steps. Meinst du, der Fisch, der aus dem Aquarium schwimmt? Ich mein, dass die sagen, dass das Süßwasserfische sind oder so. Aber in echt sind das ja Salzwasserfische in den Aquarien. Wo sagen die das? Auf wie vor, in so einem Aquarium steht das. Alles was du machst ist die Tafeln lesen. Ja, das sind halt die richtigen Sachen. Interessier mich nicht. Ja, hab euch viel gemacht. Ja, ich auch. Schau, was mal die Löwen an. Die Tafeln sind einfach aus Wikipedia kopiert. Wird jemand was? A will ja. Nee AK. AK. Mann. Was ist du P90? Ne? AK gegen P90. Wenn du AK willst, ja gerne. Vielleicht bin ich so gut damit. Das kenn ich. Immer schön durch den Eingang gehen. Aber das zieht sich über alle Waffen bis auf 93. Und meine Dual Barreckers. Oh, die kommen Upside. Ja, auf. Und, 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 auf. Fuck, ich hasse mein Leben. E3 ab. Hier. Ich will nicht mehr B gehen. Ich will nicht mehr CT sein. Was macht Yellow? Yellow checkt den Spawn von denen. Er tut so als hätte er nicht an. Er geht jetzt Nest. Yellow, go B. Go B. Everyone's B. Noi. Oh. Sarniger Headshot, Drog. Wer steht da noch? Hast du gesehen? Na, einer brauche? Ja. Ja, die hätte man schlauer setzen können. Oh, die Evergadon reloaden. Drog. Ja, ich hab vertraut auf ihn, deswegen hab ich defused. Oh, ich bin letzter. Noob. Mann. Anton, ey. Das ist ne Anzeige. Buttshark. Gleich komm ich zur Autosniper. So. Ich bin jetzt zuversichtlich, ich hab ne Aave. Oh. Ja gut. Ich hoffe, wir werden nicht gelascht. Kann man jemand anders sich nach oben stellen? Da call ich immer ein paar Mannards. Ja, ich stehe jetzt richtig, Alter. Du läufst über Aquarium. Welche Farbe? Oh, bist du Orange? Lauf über das Aquarium? Ja, ne. Nicht deine. Du läufst runter? Okay. Ja, ich geh nach oben. Okay, gut. Gute Kommunikation. Ah, ich glaub... So wollen wir's. Okay, du bist durch, ne? Wow. Just wow. Wow. Womit ballert der da rum, ey? Dock dich, Paul. Ich muss auf dich rauf. BTF? Was ist denn hier hoch? SSA. Echt? Nein! Oh mein Gott! Was ist da hinten noch? Ich hab Angst! Safest du lieber? Nein. Da links eine. Was soll ich machen? Jumpshot? Nee, da durchschießen. Durch die Wand. Ich glaub da ist einer. Ja, glaub ich auch. Ja, du bist bisschen laut. Ja, ich weiß. Fuck, dass er gar kein durch kann. Die hören dich. Ah, einer. Nope. Nope. Nope, 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 nope. Safe, safe. Nicht zur Bombe! Das geht nicht mehr! Echt? Geht schon lang nicht mehr. Du kriegst ja nicht mal weniger Schall, wenn du zu Bombe rennst. Drehst. Wenn man zu Bombe rennst. Wenn man zu Bombe rennst. Du rock willst, wenn man droppt. Dann kriegt man auch. Was willst du? Irgendwas. M4. Ich hab aber nur die Schall gedämpft. Ah, ist egal. Ich weiß nicht, ob du die magst. Nö, aber ist egal. Er nimmt was er kriegt. Ja. So, ich möchte mal A jetzt. Dann gehe ich B. Okay. Nice, bin ich mit dem Random hier. Ich bin mit dem Einer runter, weil ich hab nur eine Dage. Oh, einem Nest ist. Jo. Oh, ich bin Bad. Wow, war das ein Autosniper? Gut, dann hatte ich Glück, dass der Typ Bad ist. Wir haben irgendwie keinen, der Long guckt. Oh. Oh. Sorry, mate. So, okay. Ich bin der Autosniper. Du hast eine? Irgendeine Waffe. War du warmnest eine? Ja. Ja. Will jemand die Autosniper? Nö. Darf ich mal eine Runde nicht wie Noob spielen? Gehst du wieder A? Ja. Okay. Du hast dich bestimmt gefreut hier auf seine Autosniper-Runde. Don't so bad. Oh, Teamkills. Das ist gut. Jo. Wir werden da nicht gebannt. Der war nur keinem Spawn. Bunt Taser. Oh, die kommen alle um, oder? Ja, kommen bis da. Oben ist noch einer. Oh nein. Wow. Paul, du bist vor meine Flinte gegangen. Ich hab A im Griff, Leute. Ach, deswegen hab ich zu euch gekassiert. Ich hab dich nicht getroffen, aber trotzdem hab ich nicht geschossen. Wir mussten Paul opfern. Ist halt so. Man muss Prioritäten setzen. Paul ist nicht die Priorität. Ne, wenn du... Nein, jetzt nicht letzter. Ja. Also, nach den Rängen verteilt ist das... So muss. Sorry. Ich wollte das Messer... Ich wollte dieses Fenster kaputt messern. Ich hab Yellow gemessert. Kein Ding, ich bin nämlich nicht Yellow. Ach was. Oh mein Gott. Alter. Er, er trollt mich. Oh, lol. Oh mein Gott. Die sind alle A. Fuck my life. Immer schön Zeit lassen. Immer schön Zeit... Fuck. Die Diegel, ey. Die Diegel, ey. Oh, Diegel Naga. Die sah nicht. Richtig edel. Jo, Ender. Die sind mehr so Hütte. Die sind mehr so Hütte. Wer da kommt. Da. Da. Paul, du hast noch 10 Schuss. Noch einer. Da hab ich gesehen. Das ist Bargain. Hütte immer noch. Gut. Was hast du gesagt? Danke für die Awe, Paul. Na gut. Ich hab leider kein Geld, tut mir leid. Gute hin. Gott, Alter. Die haben richtig geruscht. Die kamen alle über Long. Sollte sich vielleicht jemand hinstellen. Jello! Schrei. 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 Ich lau'n. Willow ist an der Bomber vorbeigelaufen? Oder hat er den gekillt? Nee. What the fuck? Wollten kommen wir hin? Trock, ich hab die Headshots bis hier gehört. Ja, da ist noch einer. Den hab ich nicht getroffen. Oh nein! Ja, wo ist er hin? Der plantet, plantet, plantet! Okay, oder? Ja, was soll ich machen? Ich bin bad, ich treff nicht. Ja, aber sagen, dass er plantet. Der plantet. Ja, noch A sagen. Noch einer, gell? A. Noch einer da. Gut. Boah, ich hab jetzt rennlos mitzulaufen. Ich bleib jetzt schnell. Der hockt on spot. Flashbang. Flashbang. Oh, bin in dem Van gelandet. Du bist dein Zauberer. Hui. Was war das gerade? Messerkampf? Ja. Drock, warum ist er eigentlich schwarz? Warum guck mich nicht an. Okay, Drock. Ich glaub, das kann man nicht bestimmen. Das ist leider zufällig. Ja, ja. Leider. Ey, macht doch nicht das Fenster kaputt. Deswegen bist du bestimmt schwarz. Was? War das deine smoke, Paul? Ja. Gut. Dann glaub ich, dass es A wird und verschiebt was vor. Ist wieder was bei Long raus? Ich muss mich immer konzentrieren hier mit dem Schießen. Die laufen ja alle zu schnell. Und ich wurde von einer AK getötet. Auf Long. Ich hab keinen Bock mit der AW immer Long zu gucken. Das ist voll Räuden. Ja, Drock. Drock will den Wind. Was? Ich glaub, das ging durch die Holzwand und dann nochmal durch das Kalender von der Hütte. Und dann in den Kopf. Ich wusste ja, wo er war. Also alles fair. Ja, klar, klar. Du hast auch nicht an. Die ganze Zeit nur Batschak hat den Tinker gerade angerufen. So. Ich nehm jetzt mal die... Fuck. Falsche Waffe. Die Biese, und? Ja. Ich kann das Geld ja scheißen, ne? Er hat noch eine P90 gekauft. Nee, das erste Mal eine Biese. Liegt da nicht noch eine P90? Keine Ahnung, das ist nicht meine. Und jetzt darf ich Long damit. Macht ja sonst keine. Das hab ich gemacht eigentlich. Achso. Bin ich denn hier? Ja. Unten ist nix bei B. Er hat mir Instant Headshot gegeben. Er hat aber noch. Ahnen. Jetzt ist keiner hier? WTF? Es ist A. Ne, es ist B. Es ist B. Ja, ist das gleich. G-G-Drock, weißt du? Ja. Und dann beschwerst du dich. Ja. Das ist eine neue Map. Also... Deswegen will ich mich nie oben hinstimmen. Da wird 10.000 Männer kommen. Ich bin gleich da. Es sind noch zwei Stück, noch einer. Hier liegt ne Aave. Ich lebe die Aave wieder. Oh Gott. Der letzte ist oben. Er hat aber gesehen, Paul. Ist alles dort. Nein, das hast du denn doch nicht gesehen. So, ich bin da. Dann hab ich's nicht gesehen. Dann kann's jetzt eigentlich auch wieder gehen. Ja, okay, chill. Böseh noch. Ich wollte, aber er hat nur 26. Auch jemand irgendwas? Für ein bisschen reich. Ja, ich kenn das. Boah, seid ihr alle arm, ey. Ich hab mir ne Auto-Sniper gekauft. Na, kauf dir mal ein bisschen was. Ach ja, jetzt kauft er sich extra billig. Damit er noch 800 mehr hat als ich. Ach, arme Menschen hier überall. Ja, mit auf A. So, ich bin schnell wieder A mit ne Aave. Die sind B nur eben durchgekommen. Erst mal A gehen. Ich kann ja durch mit dem Connector wieder gehen. Wann haben sie geflasht? Bitte ist nix. Bei mir haben die auch geflasht. Okay. Da war einer. Du bist so reudig. Warte, das muss man im Nachladen. Ich find die sollten mal die Magazingröße von Autosniper verkleinern. Wie sollte man die Autosniper rausnehmen? Wow. Ich find die legitim. Vorsicht. Wo ist der denn? Du brauchst ne Spray-Control mit der auf den. Aua. Paul, das hättest mir sagen müssen, dass du da lang bist. Da hat einer noch ne Nerf und noch 1 HP. Der ist glaub ich an deren Spawn. Okay, Rainer. Bis mal alle reinrennen. Ich hab 22 HP. Aber der hat auch noch einen. Also ist das okay. Man! Nein! Ich hasse dich! Ich hab richtig... Bin richtig so... Anlauf genommen. Er kam mich so richtig Batman Light darunter gejumpt, alter. Was machst du? Wollt ihr seinem Clan beitreten? We gleich Pro. We gleich Pro. Moment. Oh. Nein! Wow, einer ist weg ganzhaft. Ja, der hat den zum zweiten Mal jemand gekillt. Ey, da ist ja noch einer. Da ist mit Pro 90 unterwegs. Bin alles Wichser. Der hat übrigens noch 20. Okay. Kriegt der sahnige Aave ins Gesicht. Das schade ist, dass die Scheiben bei mir auch schwarz sind. Das kriegt der doch nicht. Wo sind... Was... Hä? Der ist oben. Er ist ein Zauberer. Zwei sind oben. Wow, Drog, weißt du? Loop. Ja, ich hab meine Pistole. Du brauchst eigentlich irgendeinen Headshot. Das ist Yellow, wo bist du? Glaubst du, ich mach's nicht im Spawn? Glaubst du, ich trau mich nicht? Hä? Du hast recht. Oh fuck, falsche Waffe. Okay, der hat aber viele Member. Only me. Ha. Nice. Boah, ist das Boring, also warum geh ich eigentlich immer wieder? Ey, da ist keiner. Trog, du magst eher so familiäre kleine Clans, ne? Oder willst du nicht so was riesiges mit einem? Ja, nicht so viele. Oh, wo sind die? Äh, ich glaub das ist A. One Spawn. Spawn! Alle? Wirklich alle? Oah! Ja. Inder, Inder. Mindestens vier. Und der Bot ist... Wahrscheinlich lebt noch ein Bot. Es lebt noch ein Bot. Also... Ähm, nein, ist nicht mal der Bot. Er hat nicht getroffen. Eikiii! Okay, gut. Gut Ralf. Gut Ralf. Ist das nicht eher Gut Ralf? Eikiii! Ne. Doch, doch. Ich glaub mir sicher das heißt Gut Ralf. Du schreibst zu... Er komm. Ralf. Ja. So, ich zeig dir jetzt mal meine Dual-Bareckers, ne? We're not moving! Eikoi! Nur drei. Oh, bin ich ja schon wieder vierter. Warum ist unser Random so gut? Das Gold Nova 2, okay. Okay! Jaja! Zwei Schüsse, zwei Headshots. Boah, die sind... Du siehst ihn! Das war ein Bot. Das waren zwei! Paul, ich glaub ich hab einmal auf dich geschossen. Ich entschuldige mich dafür nicht. Das ist jetzt bestimmt auch im Sporen, oder? Ich hab Schüsse gehört. Oh ja. Neu. Ich hab den Ecke gecampt. Mann, ich wollt den Western. Boah, stimmt. Fuck, Alter. Wenn Paul auf einmal ganz viele Kills macht, bin ich wieder letzter. Das darf nicht sein. Paul töte alle! Hehehe. Erstmal kann ich schaufen. Paul, mach das mal schaufen. Ja, nur du kannst Paul einfach killen. Fuck, ich hab mir keinen... Nein, kann ich nicht. Dann hab ich einen Kill weniger. Du es! Du es! Legst nicht drauf an. Dann bist du auf jeden Fall vorhin. Wie viel Leben hast du noch? Wie viel? Ich glaub, du... Ich hab B was gehört. Steps. Oh! Scheiße! Ja, es ist, ne? Wo ist der letzte Spiel? Okay, unser Punktestand bleibt unverändert, Paul. Wer ist da? Ace! Ace! Ja, du bist doch gut, Rock. Wieder unverdiente Waffelkiste für dich, Anton. War das wieder, ich krieg was in E-Bart. Echt nicht? Ja gut, ich auch nicht, aber... Was soll's? Warum bin ich eigentlich nicht aufgestiegen? Was soll's? Ich war... Vorletzter. BAM! Vorletzter. Nächste Runde dritter, ich sag's euch.